Hallo meine lieben Eiswürfel und hallo auch liebe Edonauten. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, dem Together mit dem Ede. So ihr Lieben, ihr seht, erst 14 Uhr. Wir haben überlegt, wir hängen direkt dort noch eine Folge dran. Damit wir dann einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Ede, was wollten wir jetzt machen? Erstmal ein Helmlicht. Sehr gut, habe ich gefunden direkt. Letzte Folge. So, hier ist alles voll. Da ist der Ugandan Knuckles hier, den nehmen wir auch mal mit. Will ich jetzt mal ausprobieren. Mach das. Ich habe übrigens noch mal die Kisten ein bisschen umsortiert. Mach das. Ich pflanze übrigens mal die Bäume an, ne? Okay. Vielleicht nicht so schlecht. Das kann man zerlegen. Kannst du mich noch mal kurz an die Kiste lassen? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Was ist das denn hier? Metallkette. Kann ein Knüppel angebracht werden. Ein Knüppel, da ist auch noch ein Knüppel drin. Aber ich habe so ein richtiger. Oh, Tatsache. Hier, so ein Pritzelding. Ja, ich habe aber auch noch das Holzding. Dann nehme ich mal den richtigen hier. Dann kannst du die Kette dann drauf machen. Ja gut. So, hier waren noch auch Samen drin. Ja, irgendwo. Die Baumsamen. Guck mal. Guck mal. Was war denn in der Blau? Das war der Knochenbessen. Ja, habe ich gefunden eben. Goal. Aber ich habe halt eine Metallklinge. Das reicht mir auch. Okay. Jetzt bin ich voll der Rocker hier. So. Klappe zu. Ah, Wittung. Irgendwie regeneriere ich kein Leben mehr. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist so. Du musst halt mit einem Verband dein Leben hochpushen wieder. Ach, ich habe ja auch Heilfaktor nicht geskillt gehabt. Super. Das ist ja wunderherrlich. Ja, also ich, ne, hier so. Ich hatte gedacht, ich hätte es geskillt, habe ich aber nicht. Ich gucke mal, was hier los ist. Ich gucke mal, was hier los ist in den Häuschen. Letzte Folge haben wir ja Gracie gekillt. Die war da hinten drin, dort. Komm jetzt mal mit dir. Da habe ich nämlich nicht so viel Angst. Angst? Ja, die tun mir so weh. Übrigens ist meine Infektion gleich weg. Ach, hier war ich schon drin. Da war es schon drin, ja, okay. Na dann. Weil alles zu ist. Ich bin ja anders rumgegangen. Okay. Hm, wo gehen wir da hin? Da hinten in den Kindergarten oder was? Das ist da. Das Liederding. Wir könnten natürlich auch in das große Gebäude hier links gehen. Da ist aber nicht so viel drin, glaube ich. Ein guter Stopp. Machen wir erstmal die kleinen hier. So. Sehr schön. Der Ede hat sich gerade, wie er gesehen konnte, vorbeiteleportiert. Ich weiß nicht, war gerade ein Mikrolack oder so. Was? Lack. Warum das? Warum das? Oder Lack. Was weiß ich denn? Guck mal hier durch die Fenster hin. So. Verschlossen. Ah, nochmal. Hier geht's schneller. Hallo? Oh, ich müsste mal meine Waffe verparieren. Der kloppt trotzdem, ey. Ja, ja. Ich hätte auch gesehen. Die Schweinebacke. Unglaublich. Pinke Bücherregal. Wie süß. Ja, das ist, glaube ich, hier Kindergarten oder so. Ja, ist auch Kindergarten. Oder Vorschule. Irgendwie sowas. A, B, C, D, E, F, G. Okay, ist das Kindergarten. Hier ist die Schlafecke. Oh, schlafen ist toll. Ja, ich auch. Also früher war das so, ey, ich will nicht schlafen. Heute so, oh, endlich schlafen. Je älter man wird, umso schöner wird das Bett. Ja, ist halt wirklich so. Kinder, lasst euch das gesagt sein. Es ist genauso, wie alle immer sagen, Schule ist doof. Ich will arbeiten. Bis ihr dann arbeitet, dann wollt ihr wieder in die Schule. Genau. Und schon wieder kaputt. Ey, ich gehe kaputt. Ah, wie oft denn noch? Es wird Zeit für Feuerwehrexte. Ja, habe ich mir auch gedacht. Es wird echt Zeit. Hau mal den Anfang hier hinter dir. Oje. Wo bist du denn? Also, ich werde jetzt jede Folge einmal mindestens sterben, ihr Lieben. Ihr seht es schon. Ach, da bist du wieder. Du warst gerade verschwunden. Die cheatet. Ich? Ja. Bist du gestorben, oder was? Ja, ja, sicher. Ach, das ist dein Rucksack hier. Weil du hier gerade warst weg, dann stehst du hier, dann warst du weg, dann stehst du hier. Nein, ich bin gestorben. Okay. Ich passe auf deinen Rucksack auf. Da fehlen gleich ganz viele Sachen, weil sie jetzt schon... So. So, warten wir kurz hier. Ich bin fast da, du kannst eigentlich schon weiterziehen. Lass meinen Rucksack da liegen. Okay. Ich mache gerade die Tür zu. Alter, dieses Geflackere hier. Fick's an einer Klatsche. Was ist dahinter? So. Eine leere Dose. Bäm. Bäm. So. Hier noch? Jawohl. Meine Türe. Na, Handtisch. Steroiden. Steroiden, okay. Ja, bestimmt. Boah, die Bilderin Oelga gehört. Naja, wahrscheinlich. Bist du? Oh, ja, die ist zu. Nö. Also die Oberabschung gelootet. Jens, ich klicke da drauf, geht nicht, du bist schon am looten. Ja, ich bin schneller wahr. Jetzt weißt du, warum ich nicht... Ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest. Hui. Oh, da unten gibt's. Längstens hier kann ich rufen, so. Ich stand hier eben drauf, bei mir ist nix passiert. Tja, siehst du mal. Was sagt uns das? Ja, das ist ein dicker. Ich bin zu fett. Ich bin zu fett. Money. Ja. Jetzt haben wir schon alles leer, ne? Ja. Ich darf ja nix sammeln. Nee, du darfst wohl sammeln. Aber ich hab ja schon lange guter einen Punkt. Ich darf sammeln. Ich seh's. Also Eisenstiefel? Gluck, 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 gluck. Eisenstiefel? Äh, ne, damit ich ja so langsam... Hey, nun, was ist das hier? 10% mehr Scham mit 9mm-Waffen. Okay, das ist nice. Oh, du benutzt doch gar keine 9mm. Ich benutze doch immer die 9mm. Keine Ahnung, jetzt hab ich's gelernt. Und er hört hier, der Mann. Das kommt davon, wenn man den Blut klaut. Ich hab den gar nicht geklaut. Nutzen den noch eh alle. Ich hab ne Schaufel gefunden. Ein Eisenschaufel. Ah, schon mal besser als die Holzstaufel. Die Staufel, oder Steinschaufel. Oh, Ruhmkarton jetzt. Die Krise. Hä, was hier drin? Munition. Oh, da. Ich sagen muss, den Elektrostab finde ich echt kacke, ne? Der ist auch nicht so schön. Buh. Kloppt mir erstmal den Kühlschrank hier auf. Mach das. Im W-Life würde ich da niemals reingucken. Sag mal gut. Na, ich, ich, ähm, finde so ein Krematorium nicht so geil. Ja, er ist schon gerne im Krematorium, ne? Hier ist Feuerflatsch. Und das dauert und das dauert. Lalalalalala. Noch mehr. Was ist da? Versiegelte Versandkiste. Alles klar. Hallo Herr Geier. Oh, Eisenbrustpanzer. Inke waren ziehen. Was ist das hier? Schlagabwehr. Das ist hier Fallschaden. Keine Arme, keine Gifze. Bziu. Hörst du mir doch. Bziu. Bziu. Aus meiner Waffen kann ich die auch so reparieren. Oh, lass mir den Loot hier. Meiner. Also nichts. Nein, nein, dann gib mir mal die. So. Aber die sehen zwar scheiße aus, aber... Ich hab einen Generator gefunden und ein Jagdgebäst. Ich will bloß sieben, der macht... Ach, das ist ja also ungefähr gleich. Ach. Du bist halt unheimlich schnell damit. Oh, hier war der Ede schon, ne? Oh, das war schon ein bisschen näher. Hallo. Bam. Ich bin vor wie so ein Preisboxer, ja? Gar nicht mal so verkehrt, so schnell. Ja, nee, ist klar. Wer versteckt denn bitte schön Munition im Sarg? Sind wir bei Terminator, oder was? Ist, äh, nicht so abwegig. Oh. Du, 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 du. Na, Handtisch. Da ist schon mal der Ede. Kann hier schon mal nichts mehr sein. Ja, alles leer. So, den haben wir, den haben wir. Wo ist, äh, Shade-Tree-Auto, und da gehe ich jetzt mal hin. Sehr gut, sehr gut. Wenn der die ganze Muni hier übersieht. Oh, den Karton. Und schon. Und schon. Stunden später. Hallo, ich will den Stuhl. Gib her. So wie, über drei Kilometer über dich hinweg da alles looten kann, ne? Wer kann, der kann. Dafür blute ich auch schon wieder. Ja. Er war schuld. Oh. Da hinten war es, sieht nicht so aus. Wie ist das hier? Das hört sich an. Ja, ich kann es halt nicht ändern. Ich habe das Mikro schon echt weit weg, aber irgendwann gibt es eine andere Tastatur. Vorzugsweise eine für zwei Euro oder fünf Euro. Ja, so ungefähr. Das sind die besten, die so ruhig... Oh, ein Motor. Ein Motor. Hallo? Sind wir zu Hause? Sieht nicht so aus. 17 Uhr, wie kannst du nur? Da hinten kommt die Wüste. Sie ist aber schön flach, da könnte man dann später die Hordenbase bauen. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Das könnte man machen. Ich habe noch keine Ahnung mehr, was jetzt noch funktioniert, nach Patches und so weiter. Ich auch nicht. Ja, nicht mehr. Wir haben ja auch schon ewig nie mehr gespielt. Was der neueste Scheiß ist in... Hallo, Wolf. In Brace Designs. I don't know. Keine Ahnung, wie wir mal eine Basis jetzt richtig bauen. Oh, warte mal kurz, ich habe noch was für dich. Ja. Oh, guck. Dieses Feuer und Flamme. Trinken, trinken. Ja, ja, ich suche ja schon. Warum sind die denn jetzt explodiert, als ich auf den Boden geschmissen habe? Molotow-Cocktails, kannst du nicht auf den Boden werfen? Dann passiert das, was gerade passiert ist. Ja, super. Die musst du über die Kiste traden. Oh, Mann. Ja, das ist ich doch nicht. Hätte mir auch mal geholfen. Oh, Mann. Das ist so typisch Animove. Ja. Bam. So. Ich bin den ganzen Käse mal wieder nach Hause. Ja, ich komme mit, weil ich habe ja auch volles Inventar. Ich muss mir mal die Hände waschen, damit ich glaube, wie das wieder aussieht hier. Macht er wieder. Können nur Stunden dauern, bis wir zu Hause sind. Und jetzt sind wir schon wieder Half-Life. Krieg die Krisen. Äh, du hättest mir ja vorher mal, äh, ja, du wusstest ja nicht, was ich dir rausschmeißen wollte. Wer soll ich das wissen? Also kann man Granaten auch nicht so trainen? Granaten doch, aber halt keine Molotow-Cocktails. Kein Molotow. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, weg, 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 weg. Die können auch zerlegt werden. Und jetzt könnte man direkt schon eine Werkbank bauen, ne? Ja, können wir. Oh, ist auf dem Bauplan. Den habe ich. Stimmt, das könnte man machen. Warte, guck mal hier, für dich liegt auf dem Boden. Dankeschön. Oh, das kann ich mal brauchen. Ja, hier, hier sind noch vier Stück. Ja, aber das kann ich noch nicht. Ich kann mit der Alu-Vera, kann ich noch nicht, ähm, so bauen. Werkbank, was braucht man da für einen schlauen Hammer, einen Schraubenschlüssel, haben wir das alles? Geschmiedetes Eisen, nochmal schnitteln. Ähm, geschmiedetes Eisen, da habe ich eins. Wow. Siehste. Ah, weiß ich schon nicht. So, äh, das kann zerlegt werden, das kann zerlegt werden. Hier ist übrigens auch noch ein Lederbrustpanzer drin in der linken Dingens, Provinskirchens. Und drei Painkiller sind da drin. Dann nehme ich mir mal einen mit. So. So, eigentlich auch schon eine Schmiede bauen können, oder? Klar können wir nicht bauen. So, ähm. Klebeband haben wir aber, oder? Mhm. Zehn Leder müssten wir auch haben, da haben wir schon das Leder. Wo ist das Klebeband? So, haben wir hier Klebeband drin? Nein. Natürlich nicht. Ist hier Klebeband drin? Eins. Ja, irgendwo ist Klebeband drin, ne? Ich frage mich mal, ja, hier in der Kiste war ein Klebeband. Da nicht. Ja, wow. Wir haben echt ein Klebeband. Juhu! Wir haben Kleber. Wie viel? Hier sind vier. Okay, hier ist auch noch einer. Was denn? Gefütterte Stiefel? Oh Gott. Sieh, wie kacke sehen die denn aus? Ja. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Äh, fünf. Dann haben wir sechs. Wir brauchen... Doch, wir haben genug dann. Alles klar. Äh, Leder. Kleine Steine. Und Lehmboden brauche ich. So. Schaufel hattest du, ne? Was? Wir brauchen das Glas. Gleich brennst du wieder, ne? Warum? Weil du im Feuer stehst. Oh, der... Oh Gott, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Tja, heiße Folge heute. Oh, ich bin so derpy, ey. Das kann doch nicht sein. So. Wo hatte ich eigentlich meine hingetan? Ach, komm, ich mache eine neue. Kein Bock. Kleine Schaufel. Fehlen ja natürlich wieder Fasern. Für den gehe ich jetzt gerade mal. Warte. Die reparieren geht nicht. Dafür brauchst du... Aha, ein Werkzeugkit. Stimmt ja. Stimmt ja. Äh, ich habe Werkzeugkits. Hast du? Okay. Guck mal, hier sind noch zwei drinnen. Und ich habe auch noch welche im Inventar. Ich kann ja noch die Hälfte abgeben. Ach, nee. Ich nehme... Und die zwei reichen erstmal. Guck mal, hier ist noch mehr. Warte mal, die Dinge ins. Danke. So, jetzt hier Steinschaufel. Gib mal, ja. Was brauchen wir denn? Aber wir brauchen Leben, ne? Jo. Okay, warte, ich geh mal. Und wir hier rumbuddeln, fertig. Ja, aber doch nicht direkt vor der Hütte. Ist doch egal, das ist ja sowieso nur provisorisch. Achso, ja, und dann ist ja egal. So, wie viel brauchen wir überhaupt? Lass mal gucken. Schmiede, wir brauchen, äh, ach, 60. Fast schon voll hier. Ich habe schon so 40 oder 50. Ich habe auch schon 50. Aber wir brauchen halt Stahl dafür, ne? Ja, fertig. Äh, tut, 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 tut. Ja. Was machst du jetzt? Eine Schmiede? Ja, schon mal die erste. Wenn wir kleine Steine haben. Du hast nicht genug Ausbau, erzähl kein Quark. Oh, die Grillen zirpen. Also brauchen wir Steine, ne? Ja, gerade. Wie viel habe ich jetzt? 39 von 50. Du sammelst halt nur nicht viel, weißt du? Ich habe 200 Stück schon. Okay. Fertigen, so. Okay, Schmiede wird gefertigt. Sehr gut. So, weg hier. Kann ich schon mal oben hinstellen. Ach, ich will immer außen da hochklettern. Wir müssen ja hier innen hoch. Hallo. So, ähm, wo ist sie? 40 Sekunden, okay. Hier kann man da bleiben, zur Not. Das heißt, dann haben wir jetzt die Schmiede. Wenn wir die haben, können wir anfangen, die Sachen für die Werkbank zu machen. Mhm. Das passt ganz gut. Ist halt doof, dass die Werkbank unten kaputt ist. Mhm. Ja, da steckst du halt nicht drin, ne? Manchmal ist sie ganz, manchmal ist sie kaputt. So ist das Leben. Was ist los, Hund? Der meint jetzt wieder, jetzt genau, jetzt los, krabbel mich, weißt du? Gibt's aber nicht. Ach ja. Tiere sind was Feines. Ja. Ja. Haben halt immer die Angewohnheit, genau dann, wenn du es gerade nicht so wirklich gebrauchen kannst, anzukommen, weißt du? Ja, das stimmt. Vor allem kommt Katzilein immer zu Steven, der ja höchst allergisch ist. Krabbel mich! Ach, das ist schön. Und holen wir auf. Krabbel mich, ich hab dich so lieb. Oh, na, 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 na. Haben wir schon irgendwo Eisenbruchstücke oder so? Ja, ein bisschen haben wir schon. Was ist das hier? Motorwerkzeugteile, die können wir auch nicht gebrauchen gerade. Ach, da ist schon was Eisen zum Einschmelzen, ne? Das können wir einschmelzen. Und, äh, hier irgendwo. Nein. Bisschen hatten wir schon, da sieht ja alles gleich aus jetzt, ne? Da ist auch noch was. Guck. Da ist ein Blasebalk, den können wir mitnehmen. Wir haben auch dann ja schon die Dinger, die, 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 die Ambosse. Das ist das, genau. Ambosse kann man auch dort reintun. Stimmt wohl. Das ist Handwicklung. Ich steh schon wieder am Feuer. Was ist das? Ich hab's aber früh genug gemerkt. Äh, wenn da alles fertig ist, glaube ich, ist es besser. Du holst das alles da raus, machst das kaputt und setzt es irgendwo hier oben drauf. Dann kannst du auch nicht mehr abfackeln. Ja, 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 das ist gut. Das ist alles fertig. Okay, dann holst du es raus, pack es rein. Setz es irgendwo drauf hier. So, das kann man einschmelzen. Mach mal ran. Das kann man einschmelzen. Der kann da rein. So, was hat man hier noch? Ähm, wo war's? Da ist noch was. Da oben war der Amboss. So, hier war auch noch was. Schon jede Menge Messungen, das ist gut. Patronenwülsen und so später. Hier ist Fleisch und Trinken drin, ne? Rein da. Wasser holen, aber ich hab's wieder vergessen. Wir haben überhaupt kein Wasser. Ich weiß gar nicht, wo Wasser ist. Ich hab acht Wasser. Was soll ich das machen? Ich geh nochmal schnell Wasser suchen. Mach das. Das heißt, das schmilzt ein. Wir gehen so ein Fahrrad. Was? Fahrrad? So ein Fahrrädchen. Was ist damit? Dann wäre ich schneller. Lenker haben wir schon. Ja, super. Wir sind doch hier direkt gegenüber. Da ist das Wasserwerk. Da kannst du Wasser holen. Ach so. Sehe ich gerade so. Ich wär jetzt woanders hin gehören. Ich hab jetzt erstmal Wasser besucht. Nö, nö. Wir müssen ja auch noch die große Kiste aufmachen mit den 10.000 Punkten. Demnächst, wenn das was schneller geht. Ähm. Warten noch. Zwei Lockpicks. Das reicht also nicht. Ne. Niemals im Leben. Das ist was. Niemals im Leben reicht das. Hier rein? So, jetzt gleich ist wieder ran. Da, ne? Ich mach hier einfach den Zaun kaputt. Dann fällt alles zusammen. Dann kannst du da ans Wasser. Hier ist doch auch Wasser. Wo? Wo, wo ich bin. Ich bin im Wasserturm. Na dann, da oben drinnen. Hm. Das ist leer. Ich muss die mal schon wieder reparieren hier. Ich hab einen Clownhammer übrigens gefunden. Das ist gut. Den brauchen wir ja. Ja. So, was ist da hinten? Ach, hier war der, hier war der Dingens, ne? Der Bunker. Der Dingens-Bumpskirchen. Genau. Das Dingens da. Ich lebe hier. So, ne. Das ist der Schrottplatz. Das ist nicht der... Oh. Problem ist. Ja, ich hab Wasser geholt. 89. Okay, ja. Ich gucke hier gerade was rum. Ich hab ja jetzt ein Helmlicht hier. Ihr Lieben, ihr seht schon. Also hätte ich die Karte nicht, wäre ich wieder hoffnungslos verloren mit der Orientierung. Wir rennen grundsätzlich erstmal in die andere Richtung. So ist das. So ist das. Komm, helft mir. Macht die Tür auf. Wir haben nur anderthalb Stunden Zeit, bevor ihr anfangt zu flitzen. Weil es eigentlich nicht so schwer ist. Du hast doch, ähm... Bist du wieder vom Dach gesprungen, ne, Bob? Mann, Mann, Mann. Grundsätzlich hast du doch die Anzeige für deinen... Ja. So grundsätzlich sollte das eigentlich auch reingehen. Aber ich bin eine Frau und da ist grundsätzlich nicht immer gleich kontextlich. Weißte doch. Du, ich hab sechs Lockpicks. Könnte mal versuchen, da unten reinzutzen. Meine Güte, ey. Das war hier beim Wasserwerk, ne? Ja, beim Wasserwerk. Dieses Kästchen hier runter. Was ist da drin? Kleber. Hui. So, ähm... Sieht's hier aus. Natürlich verschlossen. Was auch sonst. Äh... So ist das. Ja, super. Was los? Ah, sechs litrige ver... 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 verballert. Ha, ha, ha. Ha, ha. Konnte man die nicht irgendwie machen? Nein, die kannst du nur finden. Ich meine, die kannst du nur finden. So. Double Dietrich. Der große Fuß zur Vollständigung. Schlosserknöpfe. Ja, super. Geh mal nach Hause, weil es wird dunkel. Ja. Mach das. Oh, Bier. Hier vorne irgendwas. Ich seh nix. So. Wo bleiben die... Geier? Mach mal mal die Fett darin und den Messbecher machen wir darin. Ich wusste gar nicht, dass man im Feuer einen Messbecher braucht. Kann man. Ja, da braucht man auch einen für bestimmte Sachen. Ich gar nicht. Natürlich wieder zerstört, was auch sonst. Aber, äh, Rezept chemitisch gefunden. Sehr gut. Sehr schön. Direkt lernen. Äh, wo ist er? Da. Danke. Geier. Nee, ich nicht. Oh, die fette Elke. Oh, leer. Ups. Da spritzt das Fett. Da drin. Mir fehlt irgendwie so eine Funktion, um die Kisten zu sortieren. Okay. Ja, die gibt's nur in Mods. Ja, wie ein Stadium Valley so. Ach, das ist wieder der Grabbelgunter hier. Der Grabbelgunter. Grabbel am Boden rum. Das hab ich da gefunden. Junge, hier ist offen. So, so langsam komm ich auch mal nach Haus. So, ihr Lieben. Jetzt machen wir noch unser Thumbnail. Mach das. Wir müssen nach hinten lang. Auf geht's. So, wir warten jetzt noch auf Ede kurz, bis er da ist. Ah, musst du nicht, musst du nicht. Ist jetzt eh dunkel und wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde voll. Dann würde ich sagen, wie immer, ne? Danke fürs Zuschauen. Ja. Abonnieren, Glocke aktivieren, sodass er nichts mehr verpasst. Auch bei Anni ist immer unten in der Beschreibung verlinkt, bei mir. Ich denke andersrum genauso. Genau, bei mir auch. Genau. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, ciao mit V. Tschüss.